Nenni, jo. Haha. Six, mein Schätzchen. Wir sind ein gutes Team. Geil. Oh, cool. Juhu, ich bin weiter. Ja. Mit der Arm darfst du den irgendeinen Mantel anbauen. Ich. Oder ich ziehe den an. Und du nimmst die Tüte. Was? Was für ein hübsches Glockenspiel. Da ist eine Knie in der Flasche drin. Äh. Okay. Gut, ja. Warum nicht? Warum nicht? Oha. Screenshot gespeichert. Oh, der ist glaube ich ein bisschen besser. Ist irgendwie schon so ein bisschen gruselig, ne? Okay, die Architektur, die kenne ich schon. Also dieses Verschnürkelte da. So. Saga, wie war es beim... Bist du schon beim neuen Arbeitgeber? Oder? Noch nicht. Hallo, Katis. Ich hoffe, die Arbeit dort war gut. Achso. Hui. Zix. Tür ist offen. Kommst du mit rein? Noch nicht. Erst ab Februar. So. Achso. Kommst du mit rein? Oder war das jetzt nur so ein... So ein Secret, das ich gefunden habe? Äh. Scheiße. Äh? Ich habe jetzt quasi noch drei Wochen und eine Woche Urlaub. Bis es dann... beim neuen losgeht. Achso, alles klar. Achso. Ich muss hier hochklettern. Hm, hm, hm. Alter. Sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Äh. Ganz kurz sehen. Sekunde, geht gleich weiter. Okay. Nein, ich möchte nicht vom Kontrollpunkt aus laden. So. Oh. Okay, hier ist wieder Teamwork angesagt. Schwupp. Schwupp. Okay. Okay, hilfst du mir rüber? Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Das war knapp. Ich will nicht wissen, wie viele Secrets oder Collectibles ich jetzt schon verpasst habe. So. So. Liebe Lein, hilfst du mir noch mal? Dankeschön. Hüppst du mir noch mal? Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Und rein da. Äh. Nur mal gucken, wie viele Hüte habe ich denn noch zu suchen. Eins. Drei, drei, vier. Sechs. Zählen kann ich. Schade. Alter, ist das kalt hier. Oder fahre ich halt temperaturmäßig runter? Ich mache mir eben eine Heizung. Guck mal eben, ob die Heizung. Mann. Heizung ist an. Komisch. Okay. Ähm. Ich gehe mal eben ganz kurz nach unten. Und hole mir einen Pulli. Damit mir wieder warm wird. Äh. Bis dahin schalte ich eben ganz kurz auf Pause. Ich gehe auch hier in den Pause-Mod. Äh. Und dann komme ich gleich wieder zurück. Bis gleich. Bis gleich. Ich gehe mal eben. Und dann komme ich gleich. Ich gehe mal eben ganz kurz nach unten. Ich gehe mal eben. Ich gehe mal eben. Und dann komme ich mal zurück. Und dann komme ich mal eben. Jetzt komme ich mal eben. Ich gehe mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe ins Bettchen, dir noch viel Spaß und gute Nacht. Alles klar, Sana? Ich würde sagen, hau rein. So, jetzt gehe ich gleich weiter. Vielleicht kann ich ja dabei anschlafen. Okay, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich mache mal ein bisschen. Bin mit dem Handy noch ein bisschen on und höre dir dann noch ein bisschen zu. Ist klar, ich mache noch ein bisschen asem. Nee, das ist kind of you all. Okay. Okay. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Ich habe es ja schon ein bisschen runtergeschraubt, die Lautstärke. Okay, hier kracht alles zusammen. Oh Gott. Schnell, schnell. Schnell. Scheiße. Nein. Wo muss ich denn da hin? Okay. Oder muss ich die Tür aufsch... Ah, ich muss die Tür aufschieben. Oh Gott. Okay. Das war es mit ASMR. Wow. Scheiße. Okay. Six. Hilfe. Hilfe. So. Hipsi. Und weiter. Komm. Weiter. 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 Und Six ist tot. Was? Oh nein. Ne. Oh nein. Die ist eingeklemmt. Ist hier was gebrochen? Geht's? Okay. Okay, hier geht's gut. Oh. Danke. Oh, das ist ein wunderschöner Musik. Sekunde, ich mach mal wieder ein bisschen runter. Oh, das ist ein wunderschöner. Okay, das Bett. Hippie, hippie. Okay, hier ist ein geschehen. Und der Typ mit dem Zylinder. Okay. Ich wünschte, ich könnte das geschenken. So, ich glaube, jetzt müssen wir den Fernseher beobachten. Sekunde. Ich bin halt auch immer schneller am Schreiben als am Denken. Mache den PC aus und sage gute Nacht. Obwohl ich es eh immer am Handy noch, äh, noch etwas nebenher laufen lasse. In dem Fall dein Stream. Oh, danke. Das ist der Sehling von dir. Okay, wir müssen, glaube ich, den Fernseher berühren. Ich bin ein Feuerwehr-Auch. Ich hab was. Okay. 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 Da machen wir mal die Tour auf. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ähm. No, Katerchen spielt mit dem Zielzeug. Okay, er kommt wieder raus. Genau, nur in Slow-Mo laufen und nur da. Okay, da läuft Six. Hey Kollege. Das ist schon ein bisschen gruselig. Nimm nicht meine Freundin. Nimm nicht meine Freundin, Alter. Der hat meine Freundin mitgenommen. Warum? Oh, der Sack. Oh, nö. Och, nö. Okay, Six, wir rennen dich. Zum Scheiß. Äh, wo muss ich hin? Muss ich in den Fernseher gehen? Okay. Okay. Okay, okay. Äh. Na, wenigstens sind wir weich gelandet. Okay Okay, jetzt muss ich ein bisschen öfter daran denken, die Cam wieder aufzuschalten Ich glaube, die noch kennen wir doch Na, da kommt mir irgendwie bekannt Sagte er und kratzte sich am Kinn Okay, die Dinger fungieren also als Portal Alles klar, ich will meine Freundin holen Okay Aha Wenn ich den jetzt loslasse, dann rollt er wieder zurück, oder? Bumi, schönen guten Abend Tschüss chatting ist das aber nett Okay, gut, dass du mir das sagst Okay, geändert, danke für den Hinweis Ähm Der Postmann ist da Wie geht es dir mal gut durch? Ja, supi Wir haben gerade herausgefunden, dass wir durch Fernseher telopidieren können Geilo Nicht zu weit springen Und unsere Freundin wurde B идет Es geht es dir mal gut durchановet